Jede Ägyptenreise von Deutschland aus nach Urgada beginnt mit einem etwa vierstündigen Flug entlang der wunderschönen Küste des Roten Meeres. Nur etwa 15 Minuten vom Flughafen entfernt liegt das Hotel Alphlela Valleila, eine vier Sterne Hotelanlage, die fantasievoll im Stil eines orientalischen Dorfes mit vielen kleinen Gärten, Plätzen und einer stilechten Lobby erbaut wurde. In den Außenbereichen befinden sich insgesamt sechs Swimmingpools, von denen zwei beheizt sind. Großzügig angelegte Liegeterrassen laden zum Entspannen ein. Die separaten Kinderpools sind teilweise mit Klettergerüsten und Wasserrutschen ausgestattet. Insgesamt bietet das Hotel 582 Zimmern in maximal zweistöckigen Gebäuden. Eine Besonderheit dieses Hotels ist die Freilichtbühne, die mit Repliken von Sehenswürdigkeiten Ägyptens gesäumt wird. In diesem Amphitheater wird jeden Abend eine etwa einstündige imposante Show in Englisch, Deutsch und Russisch präsentiert, die man sich zumindest einmal während seines Aufenthaltes anschauen sollte. Wenn die Sonne über dem Hotel untergeht, erwachen die Cafés und Boutiquen des orientalischen Basars in der Einkaufsarkade und laden zum ausgiebigen Shopping ein. Das Angebot der Waren erstreckt sich dabei von Schmuck über Taschen bis zu Souvenirs und Postkarten. Der Eintritt in die Fantasia-Show ist für alle Gäste kostenlos. Der Besucher bekommt hier einen kleinen Einblick in orientalische Tänze, nubische und beduinische Folklore und eine atemberaubende Reiterakrobatik dargeboten. Ein Urlaub mit dem Gefühl eines Märchens aus Tausend und einer Nacht ist im Hotel Alfleila Valela garantiert.